Schönen guten Abend, Dippoldeswalde! So, das ist natürlich jetzt schwer zu toppen, der Vorredner, aber mal gucken, ob ich auch noch was Sinnvolles zustande kriege. Es reimt sich wahrscheinlich nicht, nee, gar nicht. Ja, freut mich. Ich tingle ja immer mal auf andere Demos und in Dippoldeswalde war ich noch nie, also war ich schon mal, aber noch nicht. Zu eurer schönen Demo. Letztens war ich hier zum Gericht und dann war gar keins. Und weil wir heutzutage ja keine Faxe und Telefone hatten, hatte ich dann, als ich zurück war, an dem Tag im Briefkasten, dass die Verhandlung ausfällt. Das ist schön, ne? Aber so war ich kürzlich erstmal in Dippoldeswalde und hab eure schöne Stadt mir dann ein bisschen angeguckt, als kein Gericht war. Ja, und heute guck ich mir die schöne Demo an, bin sogar mitgelaufen und besonders euer schönes Motto, das gefällt mir. Für eine gesunde Zukunft. Also, da, das regt mich zum Nachdenken an. Also, zumindest mich hat es angeregt. Sag mal, für eine gesunde Zukunft. Tja, was braucht man dazu? Natürlich fällt jedem ein, noch gesundes Essen, auch ein bisschen Bewegung an frischer Luft, das ist ganz wichtig, was wir hier machen, für die gesunde Zukunft. Und natürlich Sonnenlicht durch einen möglichst klaren Himmel. Ja, heute geht's sogar. Aber das bedeutet auch eine gesunde Gesellschaft zum Leben. Wo es selbstverständlich ist, dass man die Alten ehrt, die Kleinen und Schwachen schützt, das Erbe der Vorfahren hochhält und nicht in den Dreck zieht. Und, dass man natürlich in Frieden leben kann, das alles wären die Garanten für eine gesunde Zukunft. Tja, und wer stört die uns? Und wie stört man die uns? Was ist der Gegner der Gesundheit? Tja, sicher Gift in der Spritze oder im Essen, klar. Aber ich denke, ein viel subtilerer und gefährlicherer Gegner für die Gesundheit ist die Angst. Und die versucht man uns nun seit Jahren immer mit neuen Themen einzupläuen. Für Angst, um Angst zu verbreiten, braucht man meistens einen Gegner, vor dem man Angst haben muss. Das kann ein äußerer Feind sein. Jetzt gerade wieder, das ist der böse Russe, wissen wir alle. Das kann ein innerer Feind sein. Das sind hier Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Rechtsextremisten und so weiter. Ja, die sind auch ganz gefährlich. Da muss das Volk ein bisschen Angst haben. Und zwar so viel Angst vor diesen abschreckenden Begriffen, damit man gar nicht zuhört, was die Leute eigentlich erzählen. Aber das Gefährlichste ist ein unsichtbarer Feind. So wie Corona. Man hat ihn nicht sehen können, aber er kann überall sein. Angst. Das hat bei vielen richtig gut gewirkt. Tja, und was machen wir nun mit dieser Angst? Das ist gut. Ich komme so kurz vor Ostern, komme ich wirklich nicht umhin, die Hauptperson vom Osterfest zu diesem Thema zu zitieren. Nein, das ist nicht der Osterhase. Das ist Jesus Christus und dem sein Lieblingsspruch zu dem Thema war. Und ist es noch heute? Fürchtet euch nicht. Das für die Angstmacherei ist nämlich kein neues Thema. Das war damals schon so, als diese Worte aufgeschrieben worden sind. Fürchtet euch nicht. Das klingt wie ein Befehl. Ist es auch. Es ist hier kein Rumgetröste. Ach, keine Angst, ist gar nicht so schlimm. Nein, es ist schon schlimm. Es ist sehr schlimm, wenn hunderte und tausende Leute an irgendeiner Spritze sterben. Das ist schlimm. Es ist auch schlimm, wenn in Europa jeden Tag Menschen im Krieg sterben. Und es ist schlimm, wenn unserer Regierung nichts weiter einfällt, als dahin Waffen zu schicken, als unsere guten Beziehungen, die wir zu Beginn dieser Sache durchaus zu beiden Seiten hatten, zu nutzen, um zu vermitteln. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Und dass man jetzt schon den kleinsten Kindern Angst macht. Mein Sohn kam plötzlich aus der Schule, erzählt, ja, wenn er groß ist, werden sie sicherlich viele Leute selber umbringen, wegen dem Klimawandel und den Folgen. Grundschule. Grundschule. Das ist schlimm, dass Kindern so etwas eingeredet wird, dass schon nicht davor geschreckt, zurückgeschreckt wird, Kindern derart Angst zu machen. Das ist schlimm. Aber eben die Erkenntnis, dass das schlimm ist und dass wir davor die Augen nicht verschließen, die verdanken wir der Grundhaltung zu sagen, fürchtet euch nicht. Denn wenn wir uns fürchten und die Augen zumachen und uns verstecken, dann können wir diese Probleme eben nicht so klar sehen. Und das kann ich aus wirklich eigener Erfahrung sagen, wenn ihr euch diesen Spruch ernst nehmt und denjenigen, der den immer wieder gesagt hat, dann fällt es euch auch selber leicht, das zu leben und diese Angst abzugeben. Weil, und das ist die Osterbotschaft, selbst der Tod ist besiegt und diese schrecklichen Verbrecher, die sind auch besiegt. Und das kann jeder auch für sich ganz persönlich annehmen. Und dann hat man selbst vor dem Tod keine Angst mehr und kann es hier mit all diesen Schweinereien erst recht mutig aufnehmen. Denn eins muss man sagen, normal, menschlich ist das nicht. Alles planmäßig zu zerstören. Alles, was gut und richtig ist, mit Absicht kaputt zu machen. Es geht weiter mit Familie, dass man plötzlich jetzt sagt, also Familie ist auch Frau und Hund oder zwei Katzen oder drei Männer. Oder das geht alles genauso. Planmäßige Zerstörung von allem, was das Leben auf dieser Erde ordnet und richtig macht. Und das machen Menschen nicht auf sich selber. Das ist teuflisch. Und weil wir uns davor nicht mehr fürchten und uns diese Angst nicht eintrichtern lassen, sondern mutig dagegen vorgehen, deswegen stehen wir zum Beispiel heute hier. Denn das befähigt uns, nicht nur das Problem zu sehen, sondern auch das Problem hinter dem Problem. Wir hatten vorhin sie auf dem Weg, interessante Gespräche, doch gesagt, na Mensch, zu Corona-Zeiten, da waren es viel mehr. Jetzt, wo der Weltkrieg droht, das ist nie so wichtig. Offenbar, ja, ist für viele so gewesen. Nämlich für die, die nur das Problem gesehen haben. Das Problem heißt, ich konnte meine Arbeit vielleicht nicht machen, ich darf nicht in die Kneipe gehen, ich konnte nicht ins Theater oder ins Kino und so. Nun, da gehe ich eben Montag mit spazieren, weil das ist Mist. Und gegen dieses Problem gehe ich mit auf die Straße. Ja, und jetzt ist das Problem weg. Und da sind auch die Leute wieder weg, für die das das einzige Problem war. Aber die, die verstanden haben, dass es ein Problem hinter dem Problem gibt und dass es immer die gleiche Angstmache ist, die immer neue Themen braucht, um uns einzuschüchtern, um uns gefügig zu machen. Und die sagen, dagegen stehen wir auf. Die sind alle noch da. Und es hilft natürlich nicht, dagegen zu sein. Also, dagegen sein, da gehört auch nie viel dazu. Also manchmal schon, ja, Nein zu sagen, dazu gehört schon oft viel. Aber einfach so dagegen kann man auch von hinter der Gardine sein. Wir müssen auch die Alternativen schaffen, etwas, wofür man sein kann. Zum Beispiel euer wunderschönes Motto, für eine gesunde Zukunft. Und die bauen wir uns selber. Die bauen wir... Die bauen wir, indem wir eben gerade nicht auf diese Leute hören, die uns immer wieder Angst machen. Die bauen wir, indem wir eben stabile Gemeinschaften bilden, wo der Staat uns und seine Helfershelfer und seine Hintermänner uns möglichst vereinzeln und gegeneinander aufhetzen will. Dem setzen wir entgegen, dass wir eben gerade miteinander hier sind. Und dass wir auch sonst miteinander sind und nicht gegeneinander und nicht ohne einander und nicht uns vereinzeln und in irgendwelche Lager spalten lassen. Und dem stehen wir natürlich auch und dem treten wir entgegen, indem wir konstruktive Pläne für unsere Heimat, für unser Land machen. Und eins müssen wir klar sehen. Hier in Sachsen haben wir hier, wie wir stehen, großen Rückhalt, auch bei den Leuten, die nicht hier stehen. Das ist in anderen Teilen der Welt und auch Deutschlands leider ganz anders. Ich habe neulich mich mit einem Unternehmer unterhalten, der ursprünglich aus dem Westen kommt, der sagte, Also hier, wenn wir die Linken ans Bein pissen wollen, dann weiß ich, alle meine Bekannten und andere Unternehmer, die stehen dann hinter mir. Das wäre da, wo ich herkomme, anders. Da wäre ich der Aussätzliche. Tja, und was machen wir nun damit? Manchmal ist es eine schmerzhafte Erkenntnis. Aber wenn man merkt, dass einen mehr trennt als vereint und wenn man merkt, dass wir eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen wollen als diese Regierung, die mit dieser deutschlandweiten Mehrheit ständig wieder gewählt wird, dann ist die Konsequenz, die, und jetzt rede ich auch wieder sächsisch, dann machen wir unseren Dreck eben wieder alleine, denn da ging es uns besser. Ich will jetzt gar nicht die Vergangenheit verklären. Auch im Freien Königreich Sachsen war nicht alles Gold, war nicht alles toll. Aber wenn man sich damit befasst, sieht man, so gut wie auf jedem Themengebiet hat sich alles in die richtige Richtung entwickelt. Und heute erleben wir das Gegenteil. Heute ist manches vielleicht sogar besser als damals. Aber alles, wirklich alles, entwickelt sich genau in die falsche Richtung. Alles, wo dieser Staat seinen Drecksrüssel reinhält, wird genau in die falsche Richtung gezogen. Und da sagen wir, machen wir nicht mehr mit, wir sind für eine gesunde Zukunft in einem gesunden Sachsen. Dankeschön. 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 Dankeschön.